Hallo, ich bin der David, bin Teamleiter beim IT Field Support am Flughafen Dresden. Unsere Kernaufgaben sind die Betreuung und Instandhaltung des Video- und Bündelfunksystems, der Netzinfrastruktur mit seinen Klein-PCs und der Gebäudeleittechnik. Und wie so ein Arbeitstag bei uns aussieht, das zeige ich euch jetzt. Leon, hast du schon ins Ticketsystem geschaut? Welche Störungen liegen heute an? Ja, bei der Kamera 62 gibt es Verbindungsabbrüche und im Terminal ist bei der Anzeigetafel eine Anzeiglinie ausgefallen. Okay, dann lass uns zuerst die Kamera checken. Ja. Wir sind jetzt auf dem Dach vom Terminal und prüfen unsere Kamera, die Verbindungsabbrüche hatte. Die Videokameras überwachen das gesamte Vorfeld des Flughafens und sind daher wichtig für die Sicherheit. Wir werden jetzt alle Glasfaser-Steckverbindungen reinigen, gehen dann zurück in den Sofa-Raum und messen die Glasfaser-Strecke vom Technikraum bis zum Dach. Wir gehen jetzt zurück ins Terminal, kümmern uns um die zweite Störung und schauen, warum die Anzeigelinie an der großen Anzeigetafel ausgefallen ist. Dazu klappen wir die einzelnen Segmente herunter, schauen, ob diese defekt sind oder die Löschstoffhöfe defekt ist. Wir haben im Terminal viele Anzeigesysteme, über die sich die Fluggäste informieren und diese liegen in der Betreuung beim IT-Field-Support. Zu unseren Aufgaben gehört auch die Quartalsüberprüfung der Brandmeldeanlage. In unserem Fall wird ein Brandmelder in der Kleinfliegerhalle ausgelöst. Nach erfolgreicher Auslösung wird die Funktionalität dokumentiert. Wie ihr gesehen habt, unser Aufgabengebiet ist sehr vielfältig, es wird nicht langweilig und wenn auch du Teil unseres Teams werden möchtest, dann bewirb dich bei den mitteldeutschen Flughäfen als Mitarbeiter IT-Field-Support.